Dagmar Wöhrl blickt auf 40 Ehejahre mit Hans Rudolf zurück Dagmar Wöhrl, 70, und ihr Mann Hans Rudolf Wöhrl feiern stolze 40 Jahre Ehe, eine beeindruckend lange Zeit, in der die beiden viele Höhen und Tiefen erlebt haben. Zu dem besonderen Hochzeitstag widmet die die Höhle der Löwen-Investorin ihrem Ehemann auf Instagram liebevolle Worte und spricht von einem gemeinsamen Leben, das nicht perfekt, aber dafür echt sei. Sie dankt ihrem Hans Rudolf zudem für die letzten vier Jahrzehnte, in denen beide unendlich viele wunderbare Erinnerungen zusammen gesammelt hätten. Im Gespräch mit Bild verrät sie, ihre Ehe sei durchaus auch von Herausforderungen geprägt gewesen. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass unsere Ehe frei von Problemen war, gesteht die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Hans Rudolf und sie hätten oft gezweifelt, gestritten und gehadert, doch es wäre ihnen immer wichtig gewesen, sich vor dem Schlafengehen zu versöhnen. Diese gemeinsame Strategie half dem Paar. Trotz der diversen schwierigen Unterfangen, die Dagmar und Hans Rudolf in ihrer 40-jährigen Ehe bewältigen mussten, war es der tragische Verlust ihres Sohnes Emanuel, der ihre Beziehung auf die härteste Probe stellte. Emanuel starb im Jahr 2001 mit nur zwölf Jahren bei einem schrecklichen Unfall. Doch statt daran zu zerbrechen, wuchsen die beiden noch enger zusammen. Wir haben uns gegenseitig Raum gelassen, die Trauer auch individuell zu verarbeiten und haben uns dennoch gegenseitig gestützt, erklärt die 70-Jährige. Untertitelung des ZDF, 2020